Dinger wenigstens mit Papier machen, deswegen... Quospa. Quospa liegt auch schon dann in dem einen Ding drin, ne? Jaja, alles gut. Weil... Dann kannst du wenigstens einen Modifier noch... Erhöhen. Ne, einen. Was, Alter, du schließt mit... Du schießt mit Flame-Dinger rum? Du Sack, ey. Äh, zack, zack. Du kleiner Wichser, ey. Du schießt mit Flame-Bow rum. Ja, mal das... Das... Ah, natürlich. Schon lange dauert mit der Wichser. Achievement bekommen dafür. Gemerkt. Du auch? Repair to fight, ne? Weiß ich gar nicht. So, jetzt... Kannst du denn schon habe? Hau ich da mal Haste drauf. Wann willst du denn da Haste draufhauen? Lappes. Ach, geht gar nicht, ne? Lappes geht. Lappes ist aber Looting. Aufm Schwert. Nein, Lappes ist Haste. Äh, ich mein... Redstone ist Haste. Wann willst du denn da Haste draufhauen? Angriffsgeschwindigkeit. Was hast du jetzt drauf gemacht? Lappes. Äh, ich habe Behanding für Köpfe, Lack und Auto-Repair. Okay. Lack hast du drauf gemacht? Ja sicher, mehr Looting. Na gut. Deswegen ist hier oben auch kaum noch Lappes. Genau, so sieht es gerade aus. Da ist aber noch nicht viel drauf. Eww. Auto-Repair habe ich auch auf mein Excavator. Ja, weiß nicht, ob sich das lohnt, weil der macht ja eine Auto-Repair in der Sonne. Ja und? Meine ist heil. Ja, wenn du sie nicht aufgenutzt. Ah, okay. Tifon. Richtig aufgenutzt. Kiepe. So. M-Dinsel ist klar nicht auf. So gut wie kein Lappes mehr. Nein. Gegen zwei Bogenschütze. Ihr seid doch Wichser, ey. Ah, ey. Kannst ja ja nichts machen. Dann kannst du ja wieder nur einen Bogen holen. Hm. Boah, was für Arschgeigen, ey. Gegen einen kein Problem. Genau wie mit dem Creeper hier. Komm her. Nee gut, ich brauche mir aber nichts drauf machen und die Köpfe holen. Das hast du ja schon drauf. Ne? Hm. Hmm. Eine Kartoffel ist kaputt gegangen. haus im wasser du gesichtsgrätsche kümmere ich um deinen freund da hinten äh Ah. Ah. Kein Enderman, ey. Die ganze Nacht nicht. Warum kannst du mir den Web hier nach hinten springen? Das ist die Sonderfunktion bei dem Web hier. Fuck. Warum? Ist ganz geil zum Keepers ausweichen. Okay. Sogar nicht schlecht. Wenn sie in zwei Küper kommen, dann kannst du den einen schlagen und ganz schnell nach hinten klick, 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 klick. Ja. Das geht. Dort chillig. Ja. 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 Haben wir irgendwo Weizen? Äh, warum? Für was? Für was? Für was? Sag mal, für was? Ja. Wenn du mir nicht sagst, für was ich Weizen brauche, für was Weizen ich benutze, ist Brot. Ja, dann sag doch gleich, da war mal was drin. Hier. Hier ist vielleicht... Ne, ist für alles verbraucht worden. Musst du vom Feld holen. Ja, was leh ist. Ja, hättest du dir gesagt. Das ist vom Foamcraft. Köpfe. Köpfe sind gut. Hab ich... Kann ich da noch irgendwas anstellen? Ja. Soulbinder bauen. Powered Spawner geht auch. Stimmt. Hm. 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 2, 4, 5. Da brauche ich einen. Was brauche ich denn noch dafür? Nee. Rezepte. Achso, eine Axt und eine Schere noch. Hm. Da musst du... Nimm doch einfach Bauenmehl. Hm? Nimm doch einfach Bauenmehl und mach was. Machen wir. Wir haben eigentlich wieder nur eine Workbench von hier existiert. Ist auch mal so geil. Ja, keine Ahnung. Ah, kann ich nicht nehmen, ist ja gechiseltes. Hm, ja. Mir ist eingefallen, dass wir ja noch Weizen in der Kiste haben. Katsch. Katsch. Katsch denn da auf? Weil ich ja heute ja schon mal einen Lost Ball gemacht hab. Deswegen komm ich da rauf. Na siehst du doch. Maschinenblock. Ah, hoffentlich weiß ich das Rezept jetzt auswendig, warum das muss. License Spice. Zeug, fertig. Nächstes. Jetzt brauchen wir das gleiche nochmal. Hi. Hm? Hi. Was denn? Hi. Gar nix, was denn? Haben wir gesagt, hi? Verwirrst mich. Hi. Hi, wo ist ein Hai im Wasser? Und dein Kopf? Mhm. Der macht, schnapp dir die Gehirnzellen. Schnapp dir die Gehirnzellen. Genau. Meine Gehirnzellen sind weg. Das glaub ich dir. Da passt zu fast von. Äh, wo können wir ne Verzau... Ach ja stimmt, im Keller können wir verzaubern. Level 30. Really? Hä? Was denn? So. Autsch. Hast mich bestimmt mit ne Waffe gehauen. Nein. Mit ner Faust. Ja, ja, ja. Nein, ich hab dich wirklich mit ner Faust gehauen. Würde ich dir trotzdem zutrauen. Wollte ich erst machen, jetzt in deiner Hand. W-Weep. Autsch. Warte mal. Geht das auf dem auch drauf? Hm, schade. Eigentlich nicht. Glaub nicht, ne? Ja. Wär aber voll lustig gewesen. Autsch. 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 Mal. Autsch. Vier Pets habe ich. Also zwei hab ich noch. Oder ich mach Feuer auf. Na ja, was bringt dir das Feuer gegen einem Creeper, die explodieren sofort. Gegen enemy are gone up. Ja. Ja. Kann sie erst schadhalten ich doch mal. Siliconkopf und zwei von dem ok. die handy ist obsidian also köpfe was willst du denn haben ob sie denn und ender perl ist handy also für köpfe abschlagen so erstmal mach ich mir weil ich ja viele plätze drauf hab weil lapis haben wir genug lapis ist für luck ich mein ja dann wohl nether quarts war doch letztens war so z logic jetzt brauche ich die anderen items hier raus und zwar ein davon mit 1 2 3 4 ich glaube ich auch noch sind da meine dinger denn fertig alles fertig gebrannt perfekt ich brauche glaube ich noch das auch noch da sind noch 46 blöcke drin ok ich teile die einmal so auf dass er gleich dafür drauf schere schick es fehlt auch so auf gold fehlt ich wollte nicht mehr hier drin das gold den getan gold gold schon lange naja wachs wo ist denn grad das gold hingewandert ist komplett verbraucht oder ist es ich glaube ich glaube da unten ist es ich kann sagen dann weggemacht das 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 Wollt ihr mich verarschen gerade? Nein Vollgeben Ah, Prepare to Fight habe ich schon, ich habe doch schon Enemy Slayer Ja, wegen den ganzen scheiß Slimes hier oben gerade Kill a mob with a frying pan and then cook their meat in it Habe ich dir, habe ich dir, habe ich dir, hey? Nee, da musst du so ein Pan bauen, aber das ist uninteressant Okay, noch ein Z-Logic, ist ja kein Problem, kriegen wir hin Jetzt brauchst du noch so einen Schablumtopf So, ja Und zwei Pisten, die habe ich bestimmt auch noch irgendwo Hier sind keine Ah, hier ist noch ein Obsidian Wappetit Wappier, wappier, wappier Wappier, wappier So, Nutback noch brauchen oder was? Nee, ich brauche Pisten für was anderes Aha Wann wir gar keine Obsidian mehr, ne? Ach klar Geh mal, wo die Tinkers sind Da wo Charpen, wo die ganzen Nether-Dinger waren, oben An den Kisten, die rechts, rechts zu Schmelze gehen Okay Da sind noch welche Naja Da Da Pisten Lalalalalala Jetzt sollen wir wieder rumgehen hier Lalalalalala Da brauchen wir wieder 1, 2, 3 Nee Voll noch Kopf Ähm Jetzt geht das ja ja nischt Ah plopp, dankeschön Das läuft auch wieder Dann sollte gleich alles funktionieren, wie ich das haben möchte Boah erst Nee Was denn? Kann ich, kann ich Quarz'n Schmiede hochlemmen? Äh, weil der, weil, Quarz Du hast ja 1, 2 und 3 So Und pro Stufe Verschönt ein Modifier Ja Pro Stufe Du hast ja Scharpen ist 1, Scharpen ist 2, Scharpen ist 3 Wenn es das wohl Scharpen ist 2 oder so Und da verschwindet jeweils ein Modifier durch Achso und ich brauche jetzt eigentlich entweder Ender Pellen oder Köpfe Für was denn? Hä? Was willst du jetzt schon wieder machen? Dass ich auch Köpfe kriege, wenn ich steige Dann brauchst du Ender Pellen und Obsidian Ja 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 Ender Pellen haben wir nicht Haben nur welche, 2 Stücke oder so Ja Ja Aber was willst du mit Köpfen? Ich hab doch schon Ich hab Behandling 3 Ich hab das Ding voll ausgebaut Na gut Das lohnt sich nicht Dann mach du das mal Pfeile Essen Wir müssen aber echt das Levelsystem aufmachen Ja können wir ja gleich machen, sofort wieder Zehn Minuten oder so Können das jetzt schon machen, ich kann zwei Folgen daraus schneiden 35 Minuten Ja kann ich auch Ja Meinetwegen machen wir eine Pause Dann holen wir das Levelsystem drauf, oder? Ihr habt es gehört bei heute, dann würden wir sagen Tschüss Da Ich bin später Bis später Tschüss Tschüss Tschüss